So ein richtiges Qigong-Live-Seminar vor Ort, mehrere Tage lang, mit mir und dir, das ist doch in diesem Jahr gar nicht möglich, oder? Oder sehr unsicher? Ganz und gar nicht. Die finden statt, völlig legal. Warum, wieso, weshalb? Darum geht es in diesem Video. Schön, dass du dabei bist und dich dafür interessierst. Ja, falls du mich noch nicht kennst, du kennst mich, oder? Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Kornow-Qigong-Lehrer hier auf YouTube und seit 20 Jahren deutschlandweit unterwegs und so auch dieses Jahr deutschlandweit unterwegs. Und zwar gibt es drei Seminare, die bislang geplant sind, die, wie es aussieht, auf jeden Fall stattfinden werden. Egal, wie es aussieht mit Corona hin oder her. Wir fangen an. Also erstmal ganz entspannt. Warum? Die Termine schreibe ich dir übrigens auch unten in die Beschreibung. Genau, Orte und Termine und so. Also es gibt bislang drei Seminare. Ich habe mir hier noch Notizen gemacht. Es gibt drei Seminare. Und erstmal ist ja die Frage, warum können die stattfinden? Natürlich kann es der Zufall so wollen, dass die Impfungen soweit fortgeschritten sind oder so, dass es zu einer Öffnung kommt. Aber im Moment sind wir ja mehr so in einer Hin- und Her-Phase. Und da ist eine Planbarkeit von Live-Seminaren normalerweise sehr schwer. Aber ich arbeite mit dem MFZ zusammen, das Medizinische Fortbildungszentrum. Und das hat deutschlandweit verschiedene Dependancen und Zweigstellen. Und bei denen ist das so, das sind medizinische Fortbildungen. Das heißt, ich gebe da eigentlich und auch ganz legal, es ist kein Betrug, gar nichts. Ich gebe da einfach auch schon seit Jahren Qigong-Seminare. Aber im Zusammenhang als medizinische Fortbildung angeboten. Da darf aber jeder mitmachen. Es ist nicht verboten, für Nicht-Ärzte oder Nicht-Physiotherapeuten oder Heilpraktiker da mitzumachen. Das heißt, da darf sich, soweit ich das weiß, jeder anmelden und jeder mitmachen. Und wollen wir aber auch noch den kleinen Nachteil hier nachliefern als Information. Und zwar, das wird schon auch nach strengen Hygienekonzepten stattfinden. Das heißt, das ist nicht einfach ein Seminar, Ringelpiez mit anfassen und so und korrigieren. Sondern das ist dann auch schon mit, zumindest auf den Fluren und so Mundschutz. Das ist schon sehr, weil es auch eine medizinische Fortbildungseinrichtung ist. Das ist schon sehr ausgeklügelt, aber die finden statt. Und letztes Jahr war das genauso, da haben die auch stattgefunden. Und dadurch sind wir so ein bisschen unabhängig davon, welche Regeln gerade da sind. Denn bevor diese Art von Seminaren, die medizinischen Fortbildungen, gecancelt werden, da muss, glaube ich, noch einiges passieren. Und von daher gehen wir einfach davon aus, dass die tatsächlich stattfinden. Auch wenn es starke Einschränkungen gibt im öffentlichen Leben. Und normalerweise, falls du es noch nicht wusstest, normale Qigong-Seminare darf ich nicht geben, weil die als Sport- und Freizeitangebot gelten, als Branche. Und daher darf ich die nicht geben. Im medizinischen Zusammenhang darf ich die gleichen Inhalte vermitteln. Als, nicht privat, aber als selbstständigen Angebot darf ich das nicht. Interessant, oder? Ja, aber wie auch immer, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Wo und wann finden die statt und was kosten die und so weiter. Also, wir haben drei Seminare bislang dieses Jahr. Und zwar vom 10. bis zum 13. April in Leipzig. Vier Tage. Das ist also richtig schon fast so ein Rückzug ins Kloster. Das ist also nicht nur mal kurz ein Schnupperkurs, sondern da können wir in den vier Tagen, und das gilt für alle drei Seminare, das sind alles vier-Tages-Seminare, wo wir wirklich, da nimmst du dir wirklich eine Auszeit und kannst wirklich mit mir zusammen ganz tief in die Materie einsteigen und das Ganze auch wirklich live erleben. Das ist natürlich was anderes als auf YouTube. Und YouTube ist nicht schlechter mit den Videos, nur, wie gesagt, etwas anderes. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und die Vorteile bei so einem Seminar, vor allen Dingen dann auch in der Gruppe zu üben und vier Tage lang wirklich sich darauf zu fokussieren, da bekommst du einen ganz anderen Einstieg, auch als Fortgeschrittener. Und kannst als Anfänger und Fortgeschrittener bei allen Seminaren mitmachen. Für jeden ist was dabei. Und im Mittelpunkt stehen die fünf Übungen bei allen drei Seminaren. Aber bei mir ist kein Seminar gleich. Theoretisch kannst du auch alle drei Seminare besuchen, wenn du Qigong-Fan bist. Und du wirst danach das Gefühl haben, wow, da hat sich wenig wiederholt. Natürlich, die fünf Übungen, die machen wir. Aber da ist auch, das habe ich so von meinem Meister gelernt, mit dem bin ich auch rumgereist. Da war auch jedes Seminar anders. Und ich selber gebe auch jedes Seminar ganz neu und überlege mir da ganz neue Geschichten. Und so, dass es auch für mich selber spannend und lebendig bleibt. Ich habe da also nicht einfach den Leitfaden, den ich abklappere und runterrattere, weil das wird irgendwann mechanisch, sondern da wird immer aus dem Augenblick heraus das Seminar erschaffen. Und daher gibt es auch Leute, die gehen dann auch zu allen Anfängerseminaren von mir, weil die wissen, das ist immer was Neues. Danach hat man immer das Gefühl, da ist was passiert. Im positiven Sinn. So, wir machen mal weiter. Der nächste Termin ist vom 15. bis 18.7. Juli in Ludwigsburg. Und der, jetzt rattern wir durch, und der dritte Termin ist vom 6. bis 9.8. in Berlin. Das heißt, sollte da eine dieser Städte in deiner Nähe sein oder du das Gefühl hast, ach, da mache ich doch mal, ich habe eh Zeit dieses Jahr oder so, mache ich doch mal einen Urlaub oder fahre ich doch mal vier Tage weg. Das muss also auch nicht in deiner Stadt sein, denn ich denke, bei vier Tagen, da kann man auch deutschlandweit sich es mal gönnen, da hinzufahren. Und wie gesagt, ich schreibe dir die Termine unten rein. Und noch als kleiner Spezialhinweis, du meldest dich nicht bei mir an, weil das Seminar nicht von mir organisiert und veranstaltet wird, sondern vom MFZ jeweils. Und das ist nicht ein MFZ, sondern Berlin, Leipzig und Ludwigsburg, das sind unterschiedliche, wir haben unterschiedliche Organisationsstrukturen. Und daher schreibe ich dir die Links auch dazu, zu den jeweiligen Städten, bei denen du dann, wenn du auf den Link klickst, dann direkt bei dem jeweiligen Zentrum dich anmelden kannst, wenn du Interesse hast. Zu den Kosten, ich meine, das kostet für vier Tage 480 Euro, zumindest in Leipzig. Und ich denke mal, die anderen werden sich im ähnlichen Rahmen orientieren. Das ist aus meiner Sicht ein super Sonderangebot. Also vier Tage für 480 Euro, wow. Das wird sicherlich in ein paar Jahren anders sein. Und nicht, dass ich da denke, ich muss da tausende von Euros für nehmen. Aber normal würde ich sagen, es ist ein sehr günstiges Angebot, sagen wir es mal so aus meiner Sicht. Und ja, ich hoffe, du hast natürlich Interesse. Und wenn du jetzt fragst, ja, was macht man denn, üben wir dann den ganzen Tag nur Qigong oder so? Nein, die fünf Übungen des Wudang Qigong, die stehen natürlich bei Anfänger- und fortgeschrittenen Seminaren immer im Mittelpunkt. Das stimmt schon. Aber nicht nur, dass man die einfach, wie ich es eben schon sagte, nicht nur runterrattert und einfach nur so macht, sondern, dass wir die in der Gruppe praktizieren zum einen und zum anderen dann auch die fünf Übungen wirklich ganz bewusst noch mehr in die Tiefe steuern. Dass wir da sozusagen uns mehrere Schlüssel in die Hand nehmen, um die nochmal zu öffnen, die Übung, für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene, um einen möglichst tiefen Zugang zu bekommen. Und den wollen wir nur, weil wir mehr Wirkung haben wollen bei den Übungen. Und wir wollen uns weiterentwickeln. Und gerade deshalb empfehle ich zum Beispiel, wenn du mich echt fragst, dass man normalerweise am besten zweimal im Jahr, wenn du wirklich sagst, Qigong ist mein Ding und ich will die fünf Übungen machen, würde ich dir empfehlen, zweimal im Jahr ein Live-Seminar zu besuchen, wenn du bei mir keinen Kurs machen kannst oder kein Seminar. Ich gebe ja gar keine wöchentlichen Kurse mehr, generell nicht, auch unabhängig von Corona. Das habe ich einfach jetzt 16, 17 Jahre lang gemacht und das war dann auch mal gut. Aber Seminare, da bin ich absolut hinterher. Und freue mich auf jedes einzelne Seminar. Und bei den Kursen, da hat es doch im Laufe der Jahre so eine gewisse Kursmüdigkeit bei mir gegeben, dass halt jede Woche immer das Gleiche, immer die gleichen Gesichter und zu wenig Veränderung, zu wenig Wechsel. Und Qigong ist aus meiner Erfahrung zumindest im Kern Veränderung, Transformation, Wechsel. Und genau das wollen wir auch mit den Übungen erreichen, dass wir uns erneuern im Innern. Und so ein Seminar ist ein wirklicher Boost. Nicht unterschätzen. Vielleicht hast du schon Fortbildungen oder Seminare besucht. Und ich will dir auch nicht zu viel versprechen, aber ich weiß aus vielen Feedbacks von Teilnehmern, dass so ein Seminar, so ein Qigong-Seminar, das ist kein normales Seminar. Das heißt, das wird immer von Energie gesteuert und nicht von einem festen, fixen Programm. Das heißt, meine Spezialität bei den Seminaren ist, wie ich eben schon sagte, ich habe nicht einfach die Punkte, die ich abhake und danach hat man mehr Theorie im Kopf. Es geht auch ein bisschen um Theorie natürlich und um Hintergründe zum Qigong. Aber in allererster Linie geht es um Energie, um Energiegefühl, um Vertiefung, um Wirkung, um wirklich eine festere, tiefere Verwurzelung von dir mit den fünf Übungen des Wudang-Qigong. Und dann gibt es natürlich auf jedem Seminar auch immer noch ein paar Geheimübungen, Zusatzübungen, ein paar Tipps und Tricks zusätzlich zu den fünf Übungen. Das heißt, wir bleiben jetzt nicht nur bei den fünf Übungen des Wudang-Qigong. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du Bock drauf hast und wenn du das Gefühl hast, ah, vielleicht sollte ich das mal machen, dann mach es auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wäre riesig erfreut, wenn du mit dabei bist und guck dir nochmal die Termine an und überleg dir, ob du bei einem der Seminare teilnehmen möchtest und teilnehmen kannst. Und dann sehen wir uns vielleicht in diesem Jahr schon mal in echt. Wie geil wäre das denn? Oder? Bis dann. Ciao. Ciao.